Dieses Erschöpftsein von Eltern, weil sie sich so nur quasi auf das Kind fokussieren, das Kind steht im Zentrum. Die Kinder sind wichtig, sie haben ihre Bedürfnisse und man darf sie nicht vernachlässigen, aber man darf dann gleichzeitig dieser Balance nicht vernachlässigen, dass man auch selbst schaut, dass es einem gut geht. Weil ich als total erschöpfter Vater nütze meinem Kind irgendwann nichts mehr. Kann man also sagen, der Invest in meine persönliche emotionale Gesundheit ist auch ein Invest in die gesunde Entwicklung von meinem Kind? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Eben ist noch das Wort Emotionsregulation gefallen. Wie reagieren wir denn adäquat auf einen absoluten Wutausbruch an der Kasse? Alle gucken, alle warten. Okay. Moritz, herzlich willkommen im Familienort-Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Richtig toll, dass du da bist. Danke. Erstmal für alle, die zuhören. Du bist Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich und du hast noch eine Arbeitsgruppe am Jacobs Center. Die kleinen Weltentdecker sind angesiedelt am Psychologischen Institut und am Jacobs Center für produktive Jugendentwicklung. Beides an der Uni Zürich. Super, super spannend. Das heißt, du bist die perfekte Person, die wir jetzt löchern können mit allen Fragen rund um die Entwicklung unserer Kinder. Und da vielleicht nochmal vorab. Kannst du allen, die keine genaue Idee davon haben, was genau Entwicklungspsychologie jetzt bedeutet und warum das für uns Eltern relevant sein soll, einen kleinen Einblick geben? Also man kann anfangen vielleicht mit der Psychologie. Die Psychologie ist die Wissenschaft, die sich mit dem Erleben, Verhalten, Denken, Fühlen des Menschen beschäftigt. Mit der Beobachtung, der Beschreibung, aber auch Intervention, vielleicht auch dem Versuch der Veränderung, wenn man so in die klinische Psychologie geht. Und die Entwicklungspsychologie untersucht das Ganze, die Psychologie, das Erleben, Verhalten, Denken aus der Sicht der Veränderung über die Lebensspanne. Wie denken kleine Kinder, wie denken junge Erwachsene, mittelalte Erwachsene im hohen Alter. Wir versuchen das über die gesamte Lebensspanne zu machen, was eine große Herausforderung ist, weil in der frühen Kindheit und im hohen Erwachsenenalter werden unterschiedliche Methoden angewendet, kommen unterschiedliche Theorien zum Tragen. Trotzdem versuchen wir das quasi zu vereinen, was eine der im Moment großen Herausforderungen der Wissenschaft ist. Ja, super spannend. Und kannst du uns sagen, was sind so die Erkenntnisse, die ihr aus der Forschung rausnehmt, die dann für das praktische Erleben von Eltern von Bedeutung sind? Also vielleicht an einem Beispiel. Wir beschäftigen uns mit dem Spracherwerb und insbesondere dem Spracherwerb von Kindern, die mehrsprachig aufwachsen. So jetzt mal als ein Beispiel. Und da kann man als Eltern herausziehen aus den Erkenntnissen der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, was das mit den Kindern macht, mit dem Verhalten, mit der Kommunikation, mit dem Gehirn der Kinder. Es scheint zum Beispiel so zu sein, dass Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, so ein bisschen sensibler sind für Kommunikation. Was weiss mein Gegenüber? Was braucht er für Informationen? Was braucht sie vielleicht nicht für Informationen? Was möchte sie? Das kann man vielleicht als Eltern rausziehen. Man kann als Eltern rausziehen, dass man wissen sollte, dass wenn man mit zwei oder mehr Sprachen aufwächst, dann ist das Vokabular pro Sprache, das ist einfach ein statistisches Phänomen, ein bisschen reduziert im Vergleich zu einem einsprachigen Kind. Aber wenn ich 50 Prozent mit dir Deutsch spreche und 50 Prozent mit dir Französisch spreche, dann bekommst du halt von der Gesamtzeit nur 50 Prozent französische Wörter, während ein französisch einsprachiges Kind 100 Prozent der Zeit französische Wörter bekommt. Das heisst, es lernt einfach mehr Französisch in der gleichen Zeit. Wenn man beide Sprachen zusammennimmt, ist kein Problem, sind die mehrsprachigen Kinder mindestens so gut, wenn nicht sogar ein bisschen grösseres Vokabular. Aber eben pro Sprache ist es ein bisschen verringert. Das hat keinen grossen Einfluss. Aber gerade wenn es darum geht, auch so Spracherwerbsstörungen vielleicht zu diagnostizieren, wenn man denkt, ist das noch alles okay, dann ist es durchaus sinnvoll und wichtig, auch nachzufragen, wächst denn das Kind mit einer oder mehr Sprachen auf, weil das dann in die Diagnose auch mit einfließen sollte. Nicht, dass ein Kind diagnostiziert wird, das hat eine Schwäche, obwohl es einfach ganz normal im Normalbereich des mehrsprachigen Kindes aufwächst. Ja, spannend. Stichwort Störung, Entwicklungsstörung. Das ist ja so, wenn jemand es so sagen kann, die große Angst von Eltern, dass sie irgendwas falsch machen und das Kind ist in seiner gesunden Entwicklung gestört. Das heisst, wir können jetzt mit deiner Hilfe in die Entwicklungspsychologie gucken und schauen, was ist es denn konkret, was Kinder brauchen, um sich gesund zu entwickeln. Und vielleicht erst mal noch so ganz grundlegend eine Frage, die, glaube ich, sehr, sehr viele Eltern beschäftigt. Wir kommen, viele von uns, aus einem autoritären Umfeld, wo die gesunde Entwicklung und die freie Entfaltung von uns als Kind eher unwichtig war, sondern gehorsam, Fleiß, Disziplin im Vordergrund standen. Und wo die Bedürfnisse von uns nicht ernst genommen wurden, wo vielleicht auch wirklich, ich weiß nicht, ob du das Buch von Johanna Harer kennst, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo einfach Anweisungen drinstehen, bloß nicht den Säugling hochnehmen, bloß nicht nach Bedarf stellen und so. Und heute wissen wir, was das für Auswirkungen haben kann. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wir wissen, wir wollen es anders machen. Und zwar so, wie es auch gesund ist. Wir gucken in die Forschung, haben da auch Erkenntnisse. Aber wie machen wir das jetzt im Alltag? Wie können wir im Alltag erkennen, ob das Kind sich gesund entwickelt, ob das Kind vielleicht eine Entwicklungsstörung hat, ob wir nur verunsichert sind, weil unser Außen sagt, du, dein Kind ist ein bisschen zurück. Das müsste das eigentlich schon längst können. Kannst du uns da irgendwie so ein bisschen Licht in unsere dunkle Verwirrung? Das waren jetzt, ich weiß nicht, zwischen 20 und 50 Fragen auf einmal, die du gestellt hast. Ich versuche mal damit anzufangen mit der Frage, die ich jetzt da rausgehört habe, was brauchen Kinder zum Glücklichsein? Die ich immer wieder gestellt bekomme und immer wieder versuche zu beantworten. Und ich habe mir eine Antwort in den letzten Jahren zurechtgelegt, mit der man das ganz gut erklären kann. Sie brauchen Schokolade und sie brauchen eine Schaufel zum Löchergraben. Die Schokolade steht für ein emotional warmes, sozial unterstützendes Umfeld, in der sie viel Liebe erfahren, viel Möglichkeiten, selbst Emotionen zeigen zu dürfen und eine Reaktion auf diese Emotion zu bekommen. Eine prompte, adäquate Reaktion auf die Emotion, wenn es ihnen nicht gut geht, dass die Eltern da sind oder die Bezugspersonen. Das können die Eltern sein, das können aber auch andere Personen sein, dass sie da sind und sich um das Kind kümmern. Prompt, schnell, adäquat, so viel es denn auch sein muss. Wenn ein Kind auf einer Wiese umfällt und sich nichts macht, muss man nicht hinrennen und, oh mein Gott, was ist passiert, reagieren, sondern kann auch gucken um das Kind, guckt die Mama an. Wenn die Mama entspannt ist, dann nutzt das Kind diese Information. Man nennt das soziales Referenzieren. Wenn es ein bisschen unsicher ist, guckt es zu den Eltern. Und sieht, oh, die sind ganz entspannt. Also ist alles in Ordnung und läuft weiter. Kinder im Alter so von 1, 1,5, die fallen ständig hin. Und denen macht es meistens nichts. Und die Eltern reagieren viel ängstlicher als die Kinder. Also dieses Prompte und Adäquate führt dazu, dass die Kinder ein Vertrauen aufbauen, so was man auch als Urvertrauen bezeichnet. Und dieses Urvertrauen können sie dann verwenden, um auf Basis von diesem Vertrauen auch die Welt zu explorieren. Das ist wie so ein Tank, kann man sich vorstellen, an Vertrauen. Und mit dem gehe ich in die Welt und mit der Zeit wird der Tank leer. Und dann gehen sie wieder zurück und tanken das wieder auf. Und die Schaufel ist so die Werkzeuge, kognitive, motorische Werkzeuge, die das Kind erwirbt. Sprache, exekutive Funktion, Selbstregulation sind so Beispiele dafür. Die Schaufel ohne Sandkasten nutzt nichts, die das Kind auch anwenden können muss. Also es braucht ein Umfeld, was anregend ist, was Möglichkeiten bietet, sich selbst auszuprobieren, irgendwo raufzuklettern, irgendwelche Dinge zu basteln, zu lernen, Sprache vermittelt zu bekommen. Und immer auch wichtig, Sprache nicht einfach nur vermittelt zu bekommen, sondern Sprache auch anwenden zu können, dass das Kind auch die Möglichkeit erhält, die Sprache selbst zu lernen. Wie man, ich mache auch oft das Beispiel, man geht auf den Golf, man möchte gerne Golf spielen lernen. Und es nützt dir nur sehr bedingt etwas, wenn du stundenlang, wochenlang Golf-Videos dir anschaust, wie man den perfekten Schlag ausführt. Wenn du dann auf den Golfplatz gehst, bist du vielleicht ein bisschen besser als die Person, die das vorher nicht gemacht hat, aber du musst es auch üben. Du musst lernen, okay, das fühlt sich seltsam an und man schießt daneben, man schlägt in den Boden, es gibt Löcher. Also das auch anwenden können und dann eben auch die Möglichkeit haben, es anwenden zu dürfen. Und auch von den Eltern die Freiheit zu bekommen, vielleicht auch Dinge auszuprobieren. Nicht alles eingeschränkt bekommen, sondern vielleicht die Möglichkeit auch haben, in eine Sackgasse zu laufen, gegen eine Wand zu rennen, vielleicht mal irgendwo runterzufallen. Lernt man mehr, als wenn man immer nur alles verboten bekommt. Ja, wer viel fragt, der kriegt viel Input. Da war halt so viel drin. Nein, du hast von der Mama gesprochen oder dem Papa, der sofort hinrennt, wenn das Kind hingefallen ist. Ja. Und dann hast du auch gesprochen davon, dass Kinder ein liebevolles Umfeld brauchen und eine prompte Antwort. Und da erkenne ich schon ganz viele Eltern wieder, inklusive mir, die wollen es gut machen, die wollen prompt reagieren und haben dann eben natürlich prompt dieses Bedürfnis, oh, ich muss schnell hinrennen und dafür sorgen, dass mein Kind sich gesehen und gut aufgehoben fühlt. Was können denn Eltern machen, um sich zu sensibilisieren, wenn man so will, für Momente, wo sie abschätzen müssen, renne ich jetzt sofort hin? Oder biete ich auch genügend emotionale Wärme, wenn ich nicht sofort hinrenne, sondern liebgucke oder was auch immer? Da gibt es natürlich keine Regel, die für alles gilt. Ich glaube, das ist so, wenn ich das vorwegnehmen darf und auch das Gesagte schon interpretiere, es ist alles kompliziert und nicht einfach. Es gibt keine Regel, die einfach man über alle Kinder, am besten über alle Altersgruppen auch hin drüber stülpen kann. Und wichtig ist da, dass man als Eltern eine gewisse Sensibilität hat und die man nur auch durch die Interaktion lernt. Also wenn ein Kind umfällt, dann kann man zunächst einmal bereit sein, okay, es könnte sich wehgetan haben. Aber man darf auch darauf warten, dass das Kind auch Signale aussendet. Und das Kind sendet, wenn es sich wirklich wehgetan hat, offensichtliche Signale aus. Wenn das Knie blutet, dann sollte man hingehen. Und das Kind ist aber auch durchaus eben resilient gegenüber solchen Stürzen oder solchen Ereignissen, dass es, wenn man als Eltern vielleicht einfach mal ein bisschen entspannt bleibt in so Situationen, das heißt nicht vernachlässigen, man hat das ja beobachtet und man kann reagieren auf Signale des Kindes, aber wenn das Kind merkt, die Eltern sind total entspannt, dann nutzt es diese Information und entspannt sich selbst. Die Eltern fordern das Kind auf, irgendwo raufzuklettern und man hat vielleicht ein bisschen Angst. Die Eltern stehen aber daneben und gucken positiv, dann nutzt das Kind diese Emotion und baut die in sein eigenes Schema ein und reguliert dadurch auch seine eigenen Emotionen über diese soziale Referenz, das, was die Eltern mir bieten. Ja, also eigentlich schon mal der erste Debunk, dieses prompt Reagieren ist so in der bedürfnisorientierten Bubble ja sowieso sehr präsent, bedeutet aber nicht, dass wir sofort immer alles stehen und liegen lassen müssen. Also es ist immer prompt und adäquat, schnell, aber auch der Situation angemessen. Und das ist, prompt ist das eine, wenn man immer prompt reagiert, dann mag man oft auch das Falsche machen, weil man Bedürfnisse stillt, die gar nicht da sind. Deswegen ist dieser zweite Begriff der adäquaten Reaktion, dass man guckt, was braucht denn das Kind wirklich in dieser Situation. Das ist der wichtige Teil, um aus dieser, wir machen alles und wir Helikoptern und wir machen zu viel, aus dem herauszukommen. Das ist ein wichtiger Knackpunkt, oder? Weil wenn wir selber als Eltern extrem gestresst sind und denken, wir müssen jetzt sofort auch reagieren, dann laufen wir ja eigentlich vorprogrammiert schon gegen eine Wand in den meisten Fällen, oder? Ja. Also schon mal dürfen wir uns merken, wir dürfen uns auch entspannen. Es ist sogar wichtig, dass wir uns entspannen. Ja, unbedingt. Damit wir adäquat antworten können. Ja, aber das ist gar nicht so unüblich, dass Eltern sich in die totale Erschöpfung prompt reagieren. Und ich glaube, dass es super, super wichtig und hilfreich ist zu hören, ja, emotional warm und ja, prompt, aber vor allem auch adäquat. Da ist vielleicht ein Punkt, der wichtig ist, dass man, was oft vergessen geht bei der Erziehung mit kleinen Kindern, und die Familie ist am Ende ein System. Und dieses Erschöpftsein von Eltern, weil sie sich so nur quasi auf das Kind fokussieren, das Kind steht im Zentrum. Die Kinder sind wichtig, sie haben ihre Bedürfnisse und sie stehen, man darf sie nicht vernachlässigen, aber man darf dann gleichzeitig dieser Balance nicht vernachlässigen, dass man auch selbst schaut, dass es einem gut geht. Weil ich als total erschöpfter Vater nütze meinem Kind irgendwann nichts mehr. Und das heisst, dann bröckelt das System. Also man muss im Prinzip immer schauen, dass das System als Ganzes funktioniert und nicht ein Teil des Systems optimiert wird auf Kosten von dem ganzen Rest, der dann eben in der Erschöpfung irgendwann sich befindet. Und dann hat das eine Teil, was dann zwar optimiert werden sollte, hat auch nichts mehr davon. Kann man also sagen, der Invest in meine persönliche emotionale Gesundheit ist auch ein Invest in die gesunde Entwicklung von meinem Kind? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja, wenn ich so unterstreich. Für schön. Eben ist noch das Wort Emotionsregulation gefallen. Wie reagieren wir denn adäquat auf einen absoluten Wutausbruch an der Kasse? Alle gucken. Alle gucken. Alle warten. Also das kommt, Regulation von, wir fangen anders an, Regulation von Kognition und von Emotionen ist ein sich sehr langsam entwickeltes Phänomen. Nicht Phänomen, sondern entwickeln sich sehr langsam. Wenn man sich anschaut, die Hirnreifung über die Lebensspanne, dann ist der frontale Kortex, wo so die Regulation untergebracht ist, vereinfacht gesagt, endet, wenn es überhaupt so etwas wie ein Ende gibt, im Alter von so Mitte 20. Zum Zeitpunkt, wo alle anderen Funktionen schon sehr, sehr weit oder schon lange ausgereift sind. Und das merkt man natürlich bei Kindern, dass die Emotionsregulation langsam verläuft. Deswegen braucht es zu Beginn des Lebens insbesondere, spricht man von der Co-Regulation, dass Eltern eine wichtige Funktion in der Regulation von Emotionen darstellen. Dass sie einfach die Kinder, die Säuglinge in den Arm genommen werden, wenn sie weinen. Einfach, dass sie spüren, den Körperkontakt haben. Das ist ganz wichtig. Die Wärme haben, die beruhigende Stimme haben. Dass sie lernen, über die beruhigende Stimme, den Herzschlag der Eltern, sich selbst auch wieder zu beruhigen, weil sie das alleine noch nicht können. Mit der Zeit, mit der ersten Jahre fangen sie dann an, vielleicht den Daumen zu finden, selber Bewegung zu machen, Vokalisierungen zu nutzen, um sich selbst zu beruhigen. Und kriegen dann so ein kleines Repertoire an die Hand, das sie dann ganz langsam auch ausbauen können. Trotzdem gibt es die Situation, wo man denkt, ich habe mit meinem Kind doch irgendwie Situationen besprochen. Und das kann doch das ganz gut. Und dann kommt die Situation an der Kasse, wo man selbst gestresst ist, weil man keine Zeit hat und weil man jetzt keine Lust hat, da zu diskutieren. Und dann gibt es diese Trotzreaktion. Man kann sich hinsetzen und das mit dem Kind ausdiskutieren, wenn man die Zeit hat. Oder einfach mal lassen. Merken, es hat keinen Effekt. Manchmal braucht es aber auch dann vielleicht eine autoritäre Reaktion, zu sagen, hör mal zu, wir haben jetzt keine Zeit, draußen steht der Bus, der wartet, was auch immer. Und da muss man sagen, vielleicht nimmt man das Kind in den Arm, bezahlt, geht raus und versucht das zum späteren Zeitpunkt zu regulieren. Ist es denn so autoritär, wenn wir unserem Kind kurz erklären, du jetzt gerade, ich wäre gerade gerne für dich da, aber geht nicht, ich nehme dich jetzt auf den Arm und dann reden wir später. Das wäre das, was man so als autoritativ bezeichnet, dass man quasi zumindest erklärt, warum man gewisse Regeln setzt. Das Kind in so einem Wutanfall wird darauf nicht reagieren. Das hat keine Lust jetzt zu diskutieren, hat auch gar nicht die Fähigkeiten, in einem Wutanfall zu diskutieren, ist gar nicht aufnahmefähig für rationale Argumente. Vielleicht vom Alter nicht, aber auch in dem Moment schon gar nicht. Und insofern muss man da möglicherweise auch mal einfach ganz rein autoritär handeln und sagen, das geht nicht, wir gehen jetzt. Es ist mir gerade egal, was du machst, sondern es gibt gewisse Situationen, wo es einfach nicht geht. Das ist vielleicht an der Kasse, ist der Spielraum noch ein bisschen grösser. Das Beispiel Ampel ist auf Rot geschalten, das Kind will aber unbedingt über die Ampel rüber. Es ist viel Verkehr, der über die Strasse fährt. Funktioniert nicht, man muss sehr autoritär dann vielleicht auch das Kind einfach packen und sagen, nein, das geht jetzt nicht. Wir können zu Hause über die Farbe Grün und Rot philosophieren, inwiefern es nicht viel sinnvoller ist, Rot als die Farbe zu nehmen, bei der man über die Strasse läuft und Grün, bei der man stehen bleibt. Diese Diskussion können wir führen, aber das sind sozial festgelegte Regeln, die habe ich nicht gesetzt, sondern da gibt es eine Instanz über uns, den Staat, der das so festgelegt hat. Und wir müssen uns jetzt daran halten, weil wenn wir das nicht tun, ist dein Leben in Gefahr. Und da sind dann die Grenzen, die einfach Bestandteil von unserem Leben sind und die Kinder auch akzeptieren, lernen dürfen. Und da sind wir dann bei der Frustrationstoleranz. Und aber vorher nochmal würde ich ganz gerne da einhaken, der große Unterschied zwischen schädlichem und entwicklungs-, vielleicht hinderlichem Verhalten und förderlichem Verhalten ist doch der, wenn ich das richtig verstehe, dass wir eine Erklärung geben, wenn sie auch kurz ist, und es später aber wieder aufnehmen und sagen, hey, ich habe gemerkt, du hast dich erschreckt, als ich dich gezogen habe. Und das, was eigentlich das Schlimme ist, ist nicht diese prekäre Situation an sich, weil in die kommen wir ja früher oder später, sondern das überhebliche, autoritäre, nein, bist du bescheuert oder was auch immer einem da rausrutschen möge. Und dann später wird es auch nicht mehr thematisiert, sondern beim nächsten Mal am besten noch so, na, hast du das letzte Mal gemerkt? Du bleibst jetzt stehen oder was auch immer. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann den etwas breiter fassen. Wir Eltern, jeder Mensch macht Fehler. Wir Eltern machen Fehler und wahrscheinlich mehr Fehler als andere Menschen ohne Kinder, weil wir ständig überfordert sind und mit dem sich entwickelnden und sich verändernden Kind auch ständig überfordert sind. Was machen wir denn jetzt? Jetzt will er irgendwie was anderes. Und da ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch transparent ist und sagt, ich habe mal einen Fehler gemacht und ich erkläre dir jetzt vielleicht auch warum und dass man sich auch entschuldigt und sagt, das tut mir leid. Und dann aber auch bei solchen Situationen, in denen man eine sehr autoritäre Form der Erziehung vielleicht gezeigt hat, dass man dann auch genau das in der Situation nachher, wenn die Situation sich beruhigt hat, wenn das Kind vielleicht auch wieder aufnahmefähig ist, sagt, hör mal zu, das tut mir leid und ich kann dir das erklären, warum, aber in dieser Situation ging es nicht anders. Ja, dass das Kind auch merkt, dass am Ende lernt es ja dadurch, dass es sich ernst genommen fühlt. Zwar nicht in der Situation, wo es festgehalten wird, aber in der Situation danach, dass das nochmal aufgelöst wird. Und vielleicht man die Situation nutzt und sagt, komm, lass uns nochmal zu einem anderen Zeitpunkt an die Ampel gehen oder vielleicht in Büchern das vorbereiten. Wie ist das denn? Was würde man denn jetzt tun, um eine nächste Situation vielleicht im Kopf vorzubereiten, wo das Kind dann sagt, stimmt, Mama, wir haben darüber gesprochen, jetzt ist rot und da bleibt man stehen, gell? Und dann hat es was gelernt. Und das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es dann für immer das so anwenden wird. Es wird wieder Rückfälle geben. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dem Kind immer vermittelt, du bist eine Person, die ernst genommen wird, die ein Selbstbewusstsein hat und auch eine Autonomie hat. Wir wollen die Kinder ja zu autonomen, selbstbewussten Persönlichkeiten sich entwickeln lassen, nicht formen, sondern sich entwickeln lassen, das finden. Und dazu gehört, dass sie dieses Selbst auch ausleben dürfen und sich wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Und das fängt schon ganz früh an. Nur muss man das halt den Kindern immer wieder auch gewähren. Und das ist schwierig, weil das heißt loslassen als Eltern und das kann man manchmal nicht so gut. Ja, ich glaube, es ist eine super wichtige Information, die man schon mal mitnehmen kann, dass dieses Prompte-Reagieren auch mal schief gehen kann, dass das aber nicht bedeutet, dass unsere Kinder deswegen durch diese eine Situation jetzt in ihrer Entwicklung definitiv gehemmt sein werden. Oder? Weil das ist die große Angst. Ich habe es, wenn man so sagen darf, verkackt. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, zurückgefallen. Ich habe genau das gesagt, was meine Eltern zu mir gesagt haben, was ich nicht machen wollte. Jetzt habe ich es versaut. Haben wir nicht versaut, oder? Nein, das ist zum Glück, ist der Mensch ein Leben lang lernfähig. Und vieles ist auch so eine gewisse statistische Regularität, wenn man einmal das Kind anschreit und danach und davor aber mit dem Kind in angenehme Art und Weise sich unterhält und sich vielleicht danach auch entschuldigt, sagt, hör mal zu, ich bin auch manchmal müde, ich habe auch manchmal Hunger, mir ist auch manchmal vieles zu viel, dann gibt man dem Kind das Bewusstsein, okay, das war eine Ausnahme und das ist nicht die Regel. Also, es wird schwierig für Kinder, wenn sie zum Beispiel, auch wenn man das Kind mal vernachlässigt, weil es einfach nicht geht in der Situation, sich jetzt um das Kind zu kümmern, weil, warum auch immer, muss man sagen, nee, hör mal zu und nimm das Handy und jetzt schaust du mal, wenn das Kind nicht quasi die in der Wiederholung lernt, Ich werde ständig nicht gehört. Egal, was ich mache, ich lerne, dass meine Mama nicht auf meine Bedürfnisse reagiert. Das ist problematisch. Wenn das mal nicht passiert und das aber in vielen Situationen anders ist, dann geht das so im Rauschen unter. Dann war es halt mal so. Aber dieses Vertrauen, das ich habe, das ich ausgebildet habe in meine Eltern, das kann schon sehr stabil sein. Oder sehr instabil, wenn sie halt gelernt haben, mal so, mal so. Und die Statistik sagt, ich kann eigentlich keine Voraussage machen. Das würde man dann so als unsicher gebundene Kinder bezeichnen. Die lernen, ich kann mich nicht auf meine Eltern verlassen. Während sicher gebundene Kinder, jetzt auch wieder sehr vereinfacht gesagt, die lernen, meine Eltern sind für mich da, ich kann mich auf sie verlassen, das gibt mir Sicherheit. Also es braucht einen Grund an, du bist hier sicher, es ist alles gut. Wir sind aber auch alle nur Menschen und auch wir schreien. Und der große Unterschied ist, ob ich das im Nachhinein mit meinem Kind thematisiere oder nicht. Ich will jetzt natürlich nicht das Schreien promoten. Aber ich glaube... Das Thematisieren, also man muss auch aufpassen, dass man dann nicht alles über erklärt. Weil man muss in der Erziehung ja auch immer den Entwicklungsstand, die kognitiven Fähigkeiten von Kindern mit berücksichtigen. Wenn ich einem Zweijährigen erkläre, warum ich jetzt was gehandelt habe, dann guckt mich das Klims an und denkt sich so, ich will aber jetzt spielen. Das heißt, dieses Erklären ist wichtig, aber noch wichtiger ist eigentlich, dass man konsistent handelt, dass man eben dem Kind durch mein Verhalten zeigt. Dieses Schreien war eine Ausnahme. Wir unterhalten uns normal. Ich unterhalte mich auch mit Mama normal, mit deinen anderen Geschwistern normal. Dann ist quasi, wenn man einfach so die Statistik bemüht, der statistische Mittelwert ist ein normaler Stimmlager, ein freundliches, vertrauensvolles Verhältnis. Und dann gibt es einen Ausschlag und der geht aber, das ist ein Datenpunkt, der halt so, man merkt, okay, das ist zwar jetzt passiert, aber ich nehme den nicht ernst. Je mehr solcher Datenpunkte dann das es gibt, die in eine andere Richtung gehen, desto stärker wird der Effekt von diesem anderen Verhalten. Ja. Das heißt, wenn wir als Eltern merken, ich bin nicht mehr nur ein bisschen gestresst, sondern ich bin dauerhaft gestresst und es passiert mir immer und immer wieder, einfach weil ich so gestresst bin, nicht weil ich, weil das wirklich meine Haltung in der Erziehung ist, dann ist es dringend angezeigt, dass wir gut auf uns gucken, oder? Ja, also, das ist wieder dieses System, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass, wenn ich am Zusammenbrechen bin, dann nütze ich dem Kind nichts mehr, dann werde ich vernachlässigen, dann werde ich vielleicht auch aggressiv dem Kind gegenüber, im schlimmsten Fall rutscht mir dann auch mal die Hand aus, und das dann regelmäßig, und das ist nicht gut. Dann muss man in irgendeiner Form intervenieren, bevor ich selbst dann irgendwie eine psychopathologische Störung entwickle, die dann dem Kind auch nicht zugutekommt. Also ein Beispiel, was sehr eindrücklich ist, ist in der Forschung spricht man, gibt es ein Phänomen, den sogenannten Still-Face-Effekt. Das ist eine Manipulation, man sitzt, eine Mutter oft, oder ein Elternteil, Bezugsperson sitzt dem Kind gegenüber, spielt mit dem Kind, und das Kind hat Spaß. Und irgendwann ist die Instruktion dann von außen, ab jetzt bitte dreh dich kurz weg und dreh dich wieder zu dem Kind. Und ab jetzt machst du einfach ein neutrales Gesicht und reagierst nicht mehr auf das, was dein Kind macht. Da gibt es beeindruckende YouTube-Videos dazu, ich weiß nicht, kann ich gerne den Link schicken. Das Kind reagiert wahnsinnig schnell, unglaublich frustriert darauf, weil es sich plötzlich sehr hilflos fühlt. Ja, es redet. Und wenn das Gegenüber einfach nur noch nichts mehr tut, dann ist alles das, was ich tue, hat keinen Effekt mehr. Und das ist das, was das Kind von vorher nicht kennt. Das Kind fängt in wirklich relativ kurzer Zeit an völlig frustriert und fängt an zu weinen. Und dann löst man das Ganze wieder auf, Mutter nimmt das Kind wieder, reagiert wieder, und das Kind beruhigt sich sehr schnell. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist so eine experimentelle Manipulation, einfach um das zu zeigen, wie schnell das Kind reagiert. Wenn das Kind das nur einmal erlebt, das ist gleich wieder vergessen, wenn das aber ständig, diese Erfahrung ständig macht, zum Beispiel bei Elternteilen, die an einer Depression erkrankt sind, die eben nicht mehr dieses ständige und prompte und adäquate Reagieren zeigen können, weil sie einfach die Energie dazu nicht mehr haben, dann lernt das Kind, mein Verhalten hat keinen Effekt und fühlt sich hilflos. Und dann spricht man von der erlernten Hilflosigkeit, dass quasi alles, was ich mache, führt eigentlich zu nichts, hat keinen Effekt. Ich habe keinen Effekt in meiner Umwelt. Dann spricht man von der Selbstwirksamkeit und von der Selbstunwirksamkeit, könnte man es dann nennen. Ja, alles, was ich mache, hat leider, führt zu nichts. Ja. Das ist etwas, was man möglichst vermeiden sollte, dass Kinder das lernen. Das heisst, Eltern, wenn eine Mutter an einer Depression erkrankt, dass man möglichst das Umfeld so stabilisiert, dass das Kind bei anderen Personen gut aufgehoben ist und diese Rückmeldung dann eben bekommt und dass man die Mutter unterstützt, dass sie möglichst schnell wieder aus dieser Situation rauskommt. Aber dass das Kind eben lernt, okay, bei einer Person funktioniert es nicht so richtig, aber bei vielen anderen funktioniert es gut. Insofern ist diese eine Interaktion hat nicht den ganz großen Effekt. Ja, okay, das war sehr anschaulich. Also wir nehmen mit, ja, wir erschaffen auf jeden Fall ein liebevolles Umfeld und wir reagieren definitiv auf die Bedürfnisse unserer Kinder, aber vor allem adäquat. Wir dürfen uns entspannen, wir dürfen uns gut um uns kümmern und das kommt alles der Entwicklung unserer Kinder zugute. Wir dürfen Fehltritte machen, es kommt nicht darauf an, ob, sondern wie. Wie wir darauf reagieren. Wie wir darauf reagieren, ja. Ja, und wir haben vorhin schon über Frustration gesprochen und ich hatte da mal eine Frage bezüglich unserem Krafttank. Also auch dann, wenn wir jetzt nicht diese Ausschläge haben im Alltag, kann es sich für uns anstrengend anfühlen, dieses liebevolle Umfeld zu schaffen, oder? Weil wir sind viele in der Familie, es passiert viel und die Kinder entwickeln sich auch in Dauer und weiter, oder? Wenn wir uns hier eingegroovt haben, dann dauert das einen Monat und dann geht es gleich weiter. Das ist frustrierend sowohl für uns, aber teilweise auch für unsere Kinder. Was machen wir da? Also, vielleicht nochmal kommen wir zurück zur Definition von Entwicklung und Entwicklung, was macht die Entwicklungspsychologie? Also sie beschäftigt sich mit der Veränderung des Menschen. Das heißt, also wir nehmen an, oder die Grundvoraussetzung ist, der Mensch verändert sich und wir wollen das beschreiben, erklären, vorhersagen. Das Erste ist zunächst mal, glaube ich, einfach zu akzeptieren. Echt, mein Kind wächst. Es wird größer, mein Kind wird schlauer, mein Kind bekommt mehr Sprache, mein Kind kommt in der Pubertät und wird nochmal zu einer ganz anderen Person, wo es sich selbst nicht kennt. In der Pubertät hat das Kind, glaube ich, am meisten Probleme mit sich selbst und macht das Umfeld so ein bisschen dafür verantwortlich, insbesondere die Eltern. Und dass das die Normalität ist, die Veränderung. Also, dass nichts in Stein gemeißelt ist und lange bleibt, sondern dass man immer damit rechnet, okay, das, was heute gilt, müssen wir wahrscheinlich morgen wieder verändern. Also, dass wir als Eltern auch uns darauf einlassen, dass auch wir uns verändern müssen. Wir können nicht einfach mit dem Zweijährigen gleich umgehen wie mit dem Fünf- und schon gar nicht mit dem 15- oder 19-Jährigen, so wie meine älteste Tochter, die ist gerade 19. Die ist anders als unser jüngster Sohn, der gerade 13 ist. Und die beiden sind anders, wie sie es vor zehn Jahren waren. Und das ist schwierig. Da gibt es auch keine einfache One-Size-Fits-It-All-Regeln im Alter von mach das, im Alter von mach jenes. Weil da kommt noch das zu, dass sich Kinder dann unterschiedlich schnell auch entwickeln und auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Selbst zwei gleichaltrige Kinder, zwei eigene Zwillinge, da kann das eine ein Traumbaby sein, was man hinlegt und es schläft. Und auch nachts füttert man es und dann schläft es die Nacht durch. Und das andere hat aus irgendwelchen Grundkoliken und schreit. Und dann werde ich, ich, gleicher Papa, mit gleichem Kontext, gleich alten Kindern, werde unterschiedlich auf die beiden Kinder reagieren. Das eine bekommt wahrscheinlich einen freundlicheren Papa zu sehen als das andere, wo der Papa vielleicht irgendwann mal genervt ist, weil sechs Monate Dauerschreien wahnsinnig anstrengend sind. Also das ist ein komplexes, dynamisches System in ständiger Veränderung. Ich glaube, man muss damit anfangen zu sagen, okay, es ist nicht mein Kind stabil, sondern es ist die Veränderung stabil, dass sich alles ständig verändert. Und ich mich als Elternteil, als Bezugsperson auch damit abfinden muss, mich daran anzupassen. Ja. Ich habe gerade ganz viel Menschlichkeit in der Beschreibung von dem Papa gehört. Könnte man also sagen, wir als Eltern tun sehr, sehr gut daran, wenn wir uns die eigene Menschlichkeit zugestehen, weil dieses alte Bild, oder gar nicht alt, es kursiert ja immer noch das Bild, sobald wir Mutter werden, bekommen wir Superkräfte und wir sind die Supermoms und die Superheroes und die Superdads und weiß ich nicht wer alles. Und was wir alles unter einen Hut kriegen, kriegen wir halt nicht, weil wir sind auch nur Menschen, oder? Also können wir davon ausgehen, dass es sowohl eigentlich für die ganze Familie gesund ist, Veränderung, Menschlichkeit und auch Scheitern als Teil der gesunden Entwicklung anzuerkennen? Ich finde das schön, das Menschsein, als Teil des Menschseins anzusehen. Es gibt in der Literatur beschrieben, oder man kann sich damit, man hat den Anspruch als Eltern alles perfekt zu machen, die Zukunft der Kinder möglichst perfekt zu organisieren, gleichzeitig das eigene Dasein, das eigene Mutter- und Vatersein perfekt zu machen, und immer für das Kind da zu sein, in jeder Situation alles richtig zu machen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es dieses schöne Konzept, das Gut-genug-Seins, gut-enough. Wenn man Kindern ein Umfeld bietet, in dem sie sich sicher fühlen, sich wohlfühlen, darf man auch einfach das so weit machen, bis es eben gut genug ist. Kinder haben glücklicherweise eine wahnsinnig große Resilienz, die sie mitbringen. Und man muss nicht ständig immer alles um die Kinder herum positionieren. Das ist so dieses Optimieren dieses einen kleinen Teils, was dann einfach auf Kosten von anderen Teilen geht. Sondern man muss schauen, dass das System, dass das Kind, es ist das Wichtigste natürlich, aber es darf nicht so dominierend sein, dass alles andere quasi von hinten runterfällt und man auf sich selbst nicht mehr schaut. Sondern dieses Gut genug, dass man auch mal sagt, okay, ich habe jetzt viel getan und jetzt ist mein Kind, das lebt und ich bin auch Mensch und ich gönne mir jetzt auch mal etwas im Wissen, mein Kind wird darunter nicht leiden. Und das kann, das darf auch mal das iPad sein, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt mal einfach 20 Minuten Zeit für mich und dann guckt mein Kind halt mal aufs Fernsehen. Wenn es nicht einfach abgeschoben wird und das quasi auch wieder so in der Regel, meine Mama ist nicht da, sondern mein Papa, meine Mama, die geben mir einfach immer dieses Ding und ich beschäftige mich mit mir selbst und mit diesem was auch immer und dass das vielleicht eingeführt wird, zusammen, dass man erst mal entdeckt und dann kann man auch mal sagen, so jetzt nehme ich mir meine Zeit, die ich für mich brauche. Also unser menschliches Scheitern, was so oder so kommen wird in der Elternschaft, das steht nicht konträr zu der emotionalen Wärme, die unser Kind braucht. Nein, im Gegenteil. Also ich glaube, das Scheitern ist ein Teil der Entwicklung, die auch für Kinder wichtig ist, zu sehen, wer sind meine Eltern. Ich hatte ein Erlebnis, was meine Tochter mir vor noch gar nicht so langer Zeit gesagt hat. Wir haben Mathe gemacht und sie hält sich selbst für nicht so mathebegabt, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass sie das nicht ist, sondern dass sie sich das einredet. Und dann gab es den Moment, als sie im Gymnasium war, wo sie mit Matheaufgaben zu mir kam und ich da saß und gesagt habe, ja, ich kann mich jetzt da einarbeiten, aber jetzt auf die Schnelle, tut mir leid, kann ich dir nicht helfen. Und das hat sie im Nachhinein, hat sie das so beschrieben, da ist für mich so der Zauber weggegangen. Du bist dahin, warst du so, mein Papa kann und weiß alles. Und das war der Moment, wo sie realisiert hat, mein Papa weiß nicht alles. Der hat mir jetzt gerade nicht helfen können. Und ich finde das wichtig, weil ich bin nicht der Tausendsaster, der einfach alles kann, sondern ich bin ich, ich habe meine Schwächen. Und auch zu erkennen, jemand darf Schwächen, also jemand, zu dem ich als Kind so aufschaue, hat auch Schwächen. Das heißt, das erlaubt mir ja auch, Schwächen zu haben, Schwächen zu zeigen. Und es ist gescheiter, die Schwächen zu zeigen und auch transparent zu machen und vielleicht auch zu zeigen, wie man damit umgeht und wo man sich vielleicht auch Hilfe holen kann. Als immer da zu stehen und zu sagen, ich weiß aber immer alles und immer alles am besten noch besser als du und zeige dir das auch. Das ist auch ein anderes Thema, was in die gleiche Richtung geht, ich assoziiere vielleicht, aber ist das das Streiten von Eltern. Das ist auch so. Dürfen Eltern streiten vor den Kindern? Am besten nein, um Gottes Willen. Aber auch das ist ja ein Zeichen für Schwäche. Und es ist dann, wenn sich gestritten wird und wenn dann aber eine Lösung gefunden wird, aus diesem Streit wieder heraus, dass man auch anständig miteinander streitet, vielleicht auch sich nicht irgendwie übelst beschimpft und abwertet, sondern einfach an der Sache bleibt, dann lernt das Kind auch, okay, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch emotional unterschiedlicher Meinung sein. Das ist erlaubt, solange es gewissen Regeln folgt. Und wenn die Eltern zeigen, es gibt auch einen Weg aus diesem Streit heraus, zeigt es, okay, es gibt auch eine Lösung. Und dann lernen die Kinder, Streiten funktioniert. Streiten funktioniert idealerweise auch nach gewissen Regeln. Und wir kommen konstruktiv aus diesem Streit auch wieder heraus. Das ist viel hilfreicher für Kinder, als wenn nicht gestritten wird, wenn einfach Konflikte nicht vorhanden sind. Woher soll das Kind lernen, wie man damit umgeht? Ja, also ist unsere menschliche Unperfektion als Eltern eigentlich sogar eine Bereicherung, wenn lösungsorientiert sozusagen damit umgegangen wird. Also es sind gewisse Bedingungen. Es darf nicht ständig sein. Ständiger Streit ist schwierig für Kinder. Abwertender Streit, indem ich persönlich, du schaffst das nie, indem abwertend mit der anderen Person gesprochen wird, ist nicht hilfreich. Und dann eben nicht lösungsorientiert, ist nicht hilfreich. Aber wenn gestritten wird, ist das nicht per se schlecht, solange gewisse Regeln eingehalten werden. Was natürlich, das ist vereinfacht, das ist jetzt wieder der Psychologe, der Theoretiker, der vom guten Streiten spricht, was natürlich, wenn man emotional streitet, durch nicht immer ganz einfach ist, dann auch einzuhalten. Ja. Aber können auch solche Situationen, ähnlich wie so die Situation an der Ampel oder an der Kasse, vielleicht auch, also wenn es einmal ist, nicht so schlimm sein und auch wenn es richtig aufgegriffen wird, vielleicht das echte Leben abbilden? Weil es diese Momente einfach gibt? Genau. Es gibt, es ist eine Variabilität im Leben. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist auch nicht alles, wenn ich umfalle, ist meine Mama da, mein Papa da und kommt und hilft. Sondern manchmal muss ich mir auch selbst zu helfen wissen. Ja, dieses, vielleicht diese abgedroschene Phrase der Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder lernen, sie kommen auch selbst mit vielleicht einer gewissen Unterstützung aus einer Situation raus. Ich nehme vielleicht wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Situation als Vater, als wir, unsere Tochter, die Älteste war zwei und ist mit zweieinhalb in Leipzig in den Kindergarten gekommen und am ersten Tag sind wir mitgegangen, ist sie in die Gruppe gekommen und in diesem Gruppenraum war so ein Plateau, wo man mit einer Leiter hochklettern konnte und sich da oben spielen konnte. Und Anna, unsere älteste Tochter, hat das gesehen und ist hochgeklettert und war da oben. Und dann war sie da oben und dann hieß es aber so, aber wir machen jetzt hier unten einen Morgenkreis, komm bitte wieder runter. und sie hat keinen Plan gehabt, wie sie da wieder runterkam. Sie saß dann da oben, hilf mir. Dann fand ich das sehr schön, die Reaktion der Erzieherin, die in dem Moment da war, hat ja gesagt, das wäre jetzt die falsche Botschaft, wenn wir das Kind jetzt einfach runterheben. Sie ist da hochgekommen, wenn sie da hochkommt, kommt sie auch wieder runter. Dann hat sich die ganze Kindergartengruppe unten an die Treppe, an die Leiter gesetzt und hat Anna geholfen, selbst da wieder runterzukommen. Es war am Anfang so ein bisschen schwierig, aber dann am Ende hat sie das geschafft, mit jetzt den Fuss da und hier. Und klar hat man aufgepasst, dass sie, wenn sie runterfällt, dass sie nicht fallen gelassen wird. Aber es war nicht so, dass wir sie runtergehoben haben. Und das ist genau das, was es braucht, dieses Anleiten auch. Und es gibt einen russischen Entwicklungspsychologen, der leider sehr früh verstorben ist, der in den 90er, 30er Jahren geforscht hat und der hat das auf Englisch den Begriff, also im Russischen, ich weiß nicht, wie es im Russischen heißt, im Englischen ist es das Scaffolding, dass man ein Rahmengerüst dem Kind gibt, in dem es sich bewegen kann. Aber dieses Rahmengerüst, und das ist das Schwierige, darf nicht zu eng sein, es darf auch nicht zu weit sein, sondern es muss so eine gewisse Flexibilität zulassen, dass das Kind das Gefühl hat, ich kann selber, ohne dass es eben runter, wenn es runterfällt, dann sich wirklich, dass es wirklich einen Schaden nimmt. Also da muss natürlich das Gerüst so sein, dass das Kind dann aufgefangen wird. Und dieses Rahmengerüst entwickelt sich und wird immer breiter mit den Kindern und so lernen die Kinder, ich habe die Freiheit, gewisse Dinge zu tun und das Rahmengerüst bietet aber irgendwie eine eingeschränkte Freiheit. Man kann sich das vorstellen im Puzzle legen. Wenn ein Kind anfängt zu puzzeln, dann passt man das Puzzle dem Kind an. Man nimmt kein Tausender Puzzle für ein Zweijähriges, sondern man hat eine bestimmte Anzahl Teile. Und wenn das Kind noch keinen Plan hat, dann kann man ja mal damit anfangen, guck mal, es gibt eine Vor- und Rückseite. Und es gibt hier schon mal, hier liegen schon mal zwei. Und guck mal, dieses Teil, dann kann man es schon so hinlegen, als würde es passen, könnte doch dahin passen. Und so nimmt man dem Kind gewisse Freiheitsgrade und was dazu führt, dass das Kind quasi das Puzzle dann lösen kann. Und je älter das Kind wird, desto weniger solcher Freiheitsgrade, desto mehr Freiheitsgrade kann man erlauben, bis es dann das, was wir jetzt zu Hause gerade, wird von meinen Kindern ein Fünftausender-Puzzle am Wohnzimmer, das ganze Wohnzimmer ist voll, gelegt. Die brauchen keine Hilfe mehr, das funktioniert dann alleine. Aber so baut man mit dem Kind wachsend ein Gerüst, was sich immer verändert. Da kommen wir wieder zu diesem, Entschuldigung, noch den Satz, da kommen wir wieder dazu, dass eben auch Eltern mitwachsen, müssen sich mitentwickeln. Also ist das Hilfe zur Selbsthilfe, bis sie so selbstwirksam fühlen, sind und sich fühlen, bis sie dann sich selbst frei bewegen können. Genau. Und dieses Herausfinden, wie groß der Rahmen jetzt sein muss, das hängt auch mit unserer persönlichen Weiterentwicklung als Eltern zusammen, weil wir uns ständig anpassen? Ja, also wir müssen uns ständig anpassen. Es hängt in erster Linie an der Entwicklung des Kindes, an den Fähigkeiten des Kindes, den kognitiven, den motorischen bei so einer Kletteraktion. Und da müssen wir idealerweise sehr sensibel sein, beobachten, was kann denn mein Kind schon und was kann es noch nicht. Aber wenn wir wissen, was kann das Kind, und die Kindergärtnerin in dem Moment wusste genau, die kommt da schon wieder runter, die traut sich nicht. Und der Effekt von diesem Runterkommen ist, dass das Kind, das war stolz wie Bolle danach, es hat es selbst geschafft, das wäre es nicht, wenn wir es runtergehoben hätten, es wäre nicht stolz wie Bolle gewesen und es hätte auch nicht gelernt, wie es da runterkommt. Also es sind zwei Effekte, die diese Aktion hatten, die dem Kind dann zugutegekommen sind. Die wusste genau, das Kind kann das, beruhigt euch, die kommt da runter, ohne dass irgendwas passiert. Ja, das sind die Expertinnen, die da arbeiten. Wir müssen als Eltern, gerade mit dem ersten Kind, Entschuldigung, großen Treffen. Beim ersten Kind sind wir ständig auch so verunsichert. Was kann jetzt das Kind, was kann es nicht. Das ist ein sich mit einem gewissen Mut, ein sich darauf einlassen und dem Kind was zutrauen. Das Vertrauen und das Zutrauen. Und das Zutrauen, aber das ist dieses Rahmengerüst. Wie weit kann ich dieses Rahmengerüst loslassen oder erweitern und wie eng muss es aber sein, damit das Kind keinen Schaden leitet. Und das ist diese Balance, die muss man auch selber einfach, da muss man die Erfahrung selber machen. Aber immer im, ich glaube, wichtig ist immer so dieses Mindset zu haben, ich traue meinem Kind das zu. Ja. Es gibt so bestimmte Bücher und auch wenn man im Internet sich durchforstet, findet man die Kategorien. Null bis Eins, muss es das und das können. Eins bis Drei, bitte dies und jenes. Kannst du uns das einmal kurz für uns, für den Alltag als Mama oder Papa mit Blick auf die individuelle Persönlichkeitsentfaltung auch von unserem Kind einmal kurz irgendwie in Perspektive setzen? Ja. Da gibt es im Prinzip zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine ist, dass der Mensch funktioniert sehr stark und das Denken in Kategorien. Wir sind Länder, wir sind Städte, Kantone, Farben, Sprachen. Das vereinfacht das Denken. Es hilft uns, Vorhersagen zu machen, wenn ich weiss, Person X ist, hat diesen Hintergrund und wird wahrscheinlich demnächst das machen. Das heisst also, solche Ratgeberbücher funktionieren ja genau so, das 0 bis 1 ist im Mittel, ist es ganz gut das. Bildschirmzeit am besten keine, 1 bis 3 eine halbe Stunde, 3 bis 5 so. Und das ist das eine. Und das hilft, Eltern sich zu beruhigen. Das Gleiche gibt es, weil unsere Expertise im Sprachbereich, Mehrsprachbereich geht. Da gibt es die Idee, dass, wenn man Kinder mehrsprachig erzieht, da gibt es diese Strategie der One Parent, One Language, dass eine Person mit dem Kind immer nur eine Sprache spricht und die andere Person mit dem Kind immer nur die andere Sprache. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das in irgendeiner Form hilfreich sei in der mehrsprachigen Erziehung. Es gibt auch keine Evidenz dafür, dass es schädlich ist. Es ist einfach eine von vielen möglichen Strategien, die man als Eltern anwenden kann. Das ist in Bezug auf Spracherwerb, in Bezug auf Entspannung von Eltern, ist es durchaus sinnvoll, wenn man unsicher ist, wie soll man denn unser Kind erziehen? Oh, da gibt es diese Strategie, lass uns die doch anwenden. Falsch machen kann man nichts. Es führt zu einer Beruhigung der Eltern. Sie haben ein Werkzeug in der Hand, wie sie das machen können. Insofern kann man Eltern helfen, sich ein bisschen zu beruhigen. Sie haben einfach wie einen Leitfaden in der Hand. Gleichzeitig wird, und das ist das andere Herz, was in mir schlägt, wird das natürlich nicht der Variabilität, der riesigen Variabilität der kindlichen Entwicklung gerecht. Es gibt Kinder, die sind früher sprachlich kompetent. Es gibt andere, die brauchen, bis sie drei sind, bis sie ganze Sätze sprechen und davor sind sie so ein bisschen still. Es gibt Kinder, die laufen mit neun Monaten und andere laufen noch nicht mit 16 Monaten. Und das ist oftmals noch in dem Bereich, in dem es, was auch immer der Begriff normal heisst, in dem es immer noch absolut in einer normalen Entwicklung stattfindet. Und da stossen dann diese klaren Einteilungen, 0 bis 1, 1 bis 2 und so weiter, stossen an ihre Grenzen. Man kann immer nur sagen, es ist ungefähr in dem Rahmen. Ein Beispiel, es gibt den sogenannten Spiegel-Selbsterkennungstest oder Rouge-Test oder Mark-Test. Man malt dem Kind, möglichst, dass es das nicht merkt, einen Fleck mit Rouge oder mit Lippenstift auf die Backe und stellt es dann vor einen Spiegel und guckt, was das Kind macht. Wenn das Kind erkennt im Spiegel, das bin ich selbst, dann wird es sich an die Backe fassen, weil es weiss, das da bin ich, da ist ein roter Fleck, der gehört da nicht hin, der muss hier sein. Wenn das Kind sich selbst nicht im Spiegel erkennt, wird es sagen, guck mal, da ist ein roter Fleck, ein Kind mit einem roten Fleck auf der Backe. Üblicherweise wird so das Alter von 18 Monaten angegeben, dass Kinder ab dem Alter von 18 Monaten diesen Test bestehen. Wenn man in die Literatur schaut, dann sind es im Alter von 18 Monaten ungefähr 50 Prozent der Kinder, die diesen Test bestehen. Das ist schon die Hälfte, das sind schon recht viele, aber die andere Hälfte, die machen das irgendwann dann bis zum Alter von zwei, sind dann sehr, sehr viele, die das bestehen, aber die entwickeln das irgendwann später. Das heisst, dieses Spiegel erkennen, 18 Monate, ja, da gibt es, also die Hälfte der Kinder, sind dann die Eltern da so, ja, nee, mein Kind macht das noch nicht. Und das sollte aber nicht verunsichern, weil es einfach im Bereich der Normalverteilung sich bewegt. Um mal so direkt in die Wunde alle Eltern reinzupieksen, wenn unser Kind eine diagnostizierte Entwicklungsstörung hat, haben wir alle ganz doll Angst, wir sind schuld, wir haben was falsch gemacht. Wie finde ich denn, als Mama oder Papa, so die Balance zwischen meinem Vertrauen in das Kind und auch in dessen individuellen Rhythmus und auch die Persönlichkeit, vielleicht auch das Temperament und aber dann eben auch den Zeitpunkt, wo das Kind Unterstützung braucht, die möchte ich ja als Mama oder Papa auch auf keinen Fall verwehren. Und da ist man wie in so einem Dilemma, oder? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil gerade bei so Spracherwerbsstörungen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man das möglichst früh herausfindet und dann kann man sich die Frage stellen, ja, was heißt denn möglichst früh? Jetzt haben wir die, und dann kommen genau diese Variabilität, kann sein, dass Kinder einfach mit zwei noch nicht so wahnsinnig viel sprechen und dann zu sogenannten Late-Bloomen werden und dann das Ganze aufholen. Aber wer sagt einem das mit zwei? Und da ist es wichtig, dass man, wenn man verunsichert ist und jetzt vielleicht merkt, okay, das Kind ist zwei und es spricht noch gar nicht oder es spricht, das Kind ist eineinhalb und hat sagt Mama und sonst gar nichts, dass man dann durchaus mal das mit dem Kinderarzt bespricht, sich zu Experten begibt und sagt, das ist mir aufgefallen. Vielleicht auch nicht beim, vielleicht auch, dass man das halt einfach beobachtet und auch sieht, ist es denn sonst normal entwickelt, krabbelt es, läuft es. Also, dass man das ganze Kind mal beobachtet und sich nicht verunsichern lässt von dem einen, was halt die ganze Nacht durchschläft oder von dem einen, was schon mit neuen Laufen gelernt hat, sondern mal guckt, wie ist das denn so bei einer Peer-Gruppe von Gleichaltrigen, wie weit sind die denn? Und dann kann ein Arztbesuch, Kinderarztbesuch, eine Diagnostik oder einfach ein Blick von einem Experten oder einer Expertin darauf einfach mal auch beruhigend sein, wenn man dann hört, nee, ist alles okay oder das ist tatsächlich auffällig, da sollte man vielleicht mal das abklären, die Abklärung kann immer noch so sein, das ist immer noch unauffällig oder es ist auffällig und dass man dann auch, dass man dann auch sagt, gut, jetzt, gut haben wir das so früh entdeckt und jetzt können wir auch versuchen mit einer gezielten Förderung, was auch immer, das kann ja physiologisch, Zungenbändchen, was auch immer da für Aspekte eine Rolle spielen können, kann man das beheben, kann intervenieren. Bin ich als Mama oder Papa immer schuld, wenn eine Entwicklungsstörung, Verzögerung bei meinem Kind sichtbar ist? Das können biologische Aspekte sein, die man, da kann man sagen, ja, die Gene sind dann daran schuld, nun ist man als Mama natürlich als Papa schuld, weil man die Gene eben weitergegeben hat, da gibt es aber die Kombination aus Genen, es gibt dann Veränderungen in der Physiologie, im Denken, von denen man was weiß, von denen man vielleicht auch nichts weiß, was in der Schwangerschaft möglicherweise, passiert ist, Medikamente, die man nehmen musste vielleicht, weil es einem nicht gut ging, die dann möglicherweise eine Auswirkung haben. Das ist so vielfältig, dass man, dass man sich auch von diesem Gedanken der Schuld befreien soll. Also wenn, natürlich, wenn man, wenn ich als Mutter während der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft, ich rauche viel, ich trinke viel Alkohol während der Schwangerschaft, es gibt natürlich ganz klares Verhalten, was, wo wir wissen, aus der Empirie, das hat Effekte auf die Entwicklung von Kindern. Aber wenn man davon mal absieht und sagt, okay, ich habe versucht, so gesund mich zu ernähren, wie es ging, gewisse Dinge einzuhalten, ich bin da für mein Kind, das Kind wächst in einer Umgebung auf, die inspirierend und anregend ist, dann kann trotzdem das Kind eine Spracherwerbstörung entwickeln. Und da muss man vielleicht aufhören zu sagen, oh mein Gott, ich habe was falsch gemacht. Sondern dem Kind die Unterstützung bieten, zu sehen auch, wir haben ein Problem und wir arbeiten daran, dass wir dieses Problem lösen, diese Herausforderung lösen und zu dem Kind ja auch wieder kommunizieren. Wir sind für dich da und wir sorgen für dich. Die Situation an der Ampel war es nicht, die dazu geführt hat. Die eine Situation an der Ampel wird nicht ausschlaggebend gewesen sein, nein. Okay. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Zeit, aber ich habe noch ein paar brennende Fragen, vielleicht erübrigen die sich auch, wenn wir an dieses individuelle Entwicklungstempo denken. Aber mich erreichen immer mal wieder Fragen wie, ab wann kann mein Kind lügen, weil wir ja oft, wenn wir diesen anderen bedürfnisorientierten Weg gehen, von Onkel Heinrich hören, das musst du jetzt bestrafen, weil das hat dich angelogen. Wir aber denken, Strafe ist nicht immer unbedingt nachvollziehbar für ein Kind und wir wollen das nicht so machen. Wir wollen verständliche, logische Konsequenzen leben. Was machen wir da? Ab wann lügt unser Kind? Müssen wir alles auswendig wissen? Ab wann es das kann? Lohnt sich das? Oder darf man da mit seinem eigenen Gefühl gehen? Ich glaube, Intuition ist ein ganz wichtiger Aspekt, der bei diesem ganzen, dem ganzen Wust an Ratgeberliteratur, den man durch vielleicht die Verunsicherung, die man verspürt, gerade wenn man das erste Mal Eltern geworden ist, aufsucht. Beim Lügen ist, das ist wahnsinnig spannend, Lügen ist ein fantastisches Thema und sehr, 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 sehr vielfältig. Lügen, um zu lügen, braucht man ja gewisse kognitive, soziale Fähigkeiten. Also um zu lügen, ich lüge dich an, muss ich wissen, was weißt du überhaupt? Und was weißt du nicht? Und in diese Lücke des Nichtwissens kann ich meine Lüge platzieren. Dann braucht es eine gewisse Kontrolle der Geschichte. Das heißt, du könntest vielleicht skeptisch sein und nachfragen. Und dann muss sich eine Geschichte erfinden, die konsistent mit der Lüge ist, die die Lüge konsistent weitererzählt. Und ich muss auch meine Emotionen regulieren können, nicht irgendwie plötzlich anfangen, laut rauszulachen, weil ich gemerkt habe, es stimmt ja gar nicht. Und das sind also dieses sich in andere Personen hineinversetzen. Das fängt so explizit an im Alter so zwischen drei und vier Jahren sich zu entwickeln. Und das ist auch das Alter, wo Kinder anfangen, eine Lüge zu erzählen. Da gibt es schöne Studien, dass man Kinder an den Tisch setzt und hinter ihnen ist zum Beispiel ein Tier oder eine Box, die Geräusche macht, was auch immer. Und man sagt, du, ich gehe jetzt kurz raus. Bitte dreh dich nicht um, ja, ich zeige dir nachher, was das ist, aber ich möchte, dass du dich noch nicht umdrehst. Dann geht man raus und dann stehen die Kameras da und filmen, was das Kind macht und das Kind dreht sich um. So, dann kommt man wieder rein, sagt, und, hast du geguckt? Und wenn das Kind sagt, nein, dann hat es gelogen. Dann kommt aber die nächste Frage. Das Geld, dieses gelbe Tier, das war total spannend. Dann sagt das Kind, nee, das war rot. Erwischt. Erwischt, genau. Dann, woher soll es die Information haben? Und dann ist die Lüge also nicht konsistent. Also das ist, man nennt das im Englischen Semantic Leakage Control. Also, dass die, der Inhalt dessen, was gelogen wird, dann doch irgendwie einen Leck hat. und das, im Alter von vier sind Kinder gut in dieser ersten Lüge und in dem folgenden noch nicht. Und je besser die kognitiven Fähigkeiten werden, desto besser wird dann auch die Konsistenz ihrer gelogenen Geschichte. Kinder fangen durchaus im Alter von zwei Jahren schon an, kann man sie ertappen, dass sie was, dass sie was schwindeln. Wenn sie irgendwas nicht hätten tun sollen, ja, dann, und man sie fragt, hast du das gemacht? Dann kommt oft, nein, ich habe das nicht gemacht, aber das ist nicht eine Lüge, weil sie davon ausgehen, dass die andere Person das nicht weiss, sondern mehr, weil sie wissen, das hätte ich nicht tun sollen. Und dann ist es eigentlich, sie sagen, nee, das habe ich nicht getan, weil es die Norm wäre, das nicht zu tun. Und wenn man jetzt überlegt, wo könnte ich denn mit, also, wenn man bestrafen, würde ich eh vorsichtig sein, aber quasi zumindest sagen, hey, hör mal zu, das war jetzt gelogen. den Zweijährigen darauf hinzuweisen oder eben möglicherweise zu bestrafen, für das, dass er oder sie gelogen hat, ist Unsinn, weil es war keine bewusste Täuschung. Das heißt, wofür sollen sie bestraft werden? Die Vierjährige, da kann man schon mal sagen, hör mal zu, das habe ich jetzt aber gemerkt. Und das nächste Mal bitte nicht, also, dass man vielleicht auch durch die Transparenz, weil ich doch das zeige, ich habe, das war jetzt nicht in Ordnung. Und da kann man intervenieren. ist Lügen per se bei Kindern nicht in Ordnung? Also, ich bin da auch wieder hin und her gerissen. Das hatten wir letztendlich auch bei uns in der Arbeitsgruppe diskutiert. Ich finde Lügen faszinierend. Und die Fähigkeit, also, ein Kind, was lügt und was gut lügt, zeigt, dass es eigentlich ziemlich schlau ist. Weil es hat kognitive Fähigkeiten, die es befähigen, eine Lüge zu erfinden, sich in die andere Person hineinzuversetzen, zu wissen, was weiß sie nicht, die kognitive und die emotionale Kontrolle so weit zu haben, dass es dann auch sich selbst kontrollieren kann und die Geschichte kontrollieren kann. Gleichzeitig ist Lügen natürlich auch etwas, wenn es ständig lügt, dann kann man sich fragen, warum macht es das? Ist es vielleicht so, dass es die Bestrafung fürchtet, wenn es etwas gemacht hat und versucht zu täuschen? Könnte man sich überlegen, sollte ich vielleicht eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in der es auch okay ist, zuzugeben, dass man etwas falsch gemacht hat? Und konsistentes Lügen immer ist natürlich auch, ist dann wiederum nicht in Ordnung, wenn die Eltern ständig angelogen werden. Also das ist, es hat dann eben dieses Zweischneidige. Also Lügen an sich ist nicht etwas Gutes, aber Lügen erfordert eine kognitive, ist eine komplexe kognitive Leistung. Und das eine ist positiv und das andere ist dann die negative Konsequenz. Ich musste gerade nämlich daran denken, du hast auch gerade gesagt, mit dieser Angst vor der Strafe. Manchmal könnte es ja sogar ein Kind davor retten, dass wenn es vielleicht einen gewalttätigen Elternteil hat oder so und das Kind weiß, wenn ich mein Brot nicht aufgegessen habe, dann kriege ich Schläge oder so, dann würde das ja Lügen, um sich selbst auch zu schützen. Und in dem Sinne könnte man ja Kindern und auch eigentlich gesellschaftlich gesehen nicht generell das kindliche Lügen irgendwie abwerten als solches. Nein, in dem ist es ja eine Schutzstrategie, dass ich etwas, dass ich lerne, okay, ich muss, wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann habe ich nicht das Vertrauen, dass meine Eltern vielleicht sagen, das war nicht in Ordnung, kann man ja auch thematisieren, vielleicht auch mal laut werden, vielleicht auch mal sagen, hör mal zu, heute Fernsehen, nein, ist nicht oder Handyverbot. Aber wenn ich darüber hinaus und konsistent und vielleicht auch ungerechterweise ständig Strafen befürchten muss, dann ist das eine Strategie, mich selbst zu schützen. Das ist aber eine Strategie, die das Kind aus der Not heraus entwickelt. Und da muss man nicht das Kind dafür bestrafen, dass es lügt, sondern schauen, wo ist denn die Ursache dafür, dass es ständig lügt. Und wenn es dieser Schutzmechanismus ist, dann liegt es in der Interaktion mit wem auch immer, ob es ein Elternteil ist oder ein Geschwisterteil oder Großmutterbetreuung, was auch immer, wo das dann herkommt und versuchen daran, das System zu ändern und nicht das Kind dafür zu bestrafen, dass es lügt, weil es gelernt hat. Das ist eine Schutzstrategie am Ende. Ja, es gibt noch das hartnäckige Bild vom manipulativen Haustyran. Okay. Inwiefern, also kennst du das, diese, auch noch sehr stark mit diesem autoritären Erziehungsbild verknüpft, wenn Kinder ja lügen können und das manchmal auch machen, bedeutet das im Umkehrschluss, die sind manipulative Haustyrannen oder ist das vielleicht auch einfach ein Teil einer gesunden Entwicklung, dass die das ausprobieren und lernen und für sich entdecken und einfach adäquat einsetzen lernen? Ich glaube, auch da ist wieder die Dosis, die das ausmacht. Wenn Kinder ständig lügen, auch um zu manipulieren und man vielleicht als Umfeld dann auch jedes Mal darauf reinfällt und sich manipulieren lässt, dann ist das sicher nichts Gutes, weil das Kind damit lernt, es kann etwas tun, was schlussendlich in der Welt draußen, in der Schule, im Berufsleben wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Wenn das Kind mal lügt, einfach auch um das auszuprobieren, was passiert denn eigentlich, dann ist es ja dann vervielfältigt es sein Verhaltensrepertoire und merkt, okay, das ist auch eine Strategie, ist vielleicht, kann negative Konsequenzen haben, kann mir aber auch in gewissen Situationen vielleicht helfen und somit verbreitet es einfach das, was an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und am Ende ist es ja auch dann, auch die Konsequenz, die man dann vielleicht auch und das Risiko, was man eingeht, okay, ich weiß, das könnte ich jetzt mit einer Lüge machen. Wenn es aufgeht, ist gut, wenn es nicht aufgeht, dann ist es vielleicht auch eine Konsequenz, die ich nicht gerne tragen möchte und dann ist es ein Abwägen. Und idealerweise, aber trotzdem, muss man nicht zum Haustüran werden, weil man ein so stützendes, unterstützendes Umfeld hat, in dem die Tyrannei gar keinen Platz hat. Weder die Tyrannei der Eltern noch die Tyrannei der Kinder. Und da muss man auch, ist glaube ich auch so ein Stereotyp vielleicht, kann man es so nennen, das rumgeistert, dass man dieses, jedes Kind kann schlafen und jedes Kind beruhigt sich irgendwann und man muss es einfach nur lange genug schreien lassen, weil wenn man das nicht macht, dann wird es, dann lernt es quasi, dass es nur Piep machen muss und alles springt. Und dann kommen wir wieder zu dem, von ganz am Anfang, zu diesem prompten und adäquaten Reagieren, wenn ein Kind weint und nicht einschlafen kann, dann bringt es nichts, das einfach trotzdem schreien zu lassen und einsam zu lassen. Dann braucht es in dem Moment einfach die Eltern. Ein 19-jähriges Kind wird nicht mehr ins Bett der Eltern kommen. Die gehen schon irgendwann, die suchen sich schon auch ihre Autonomie. Die Autonomie entwickelt sich aber idealerweise auf diesem Vertrauen, was sie bei den Eltern haben. Und manche Kinder wollen halt mit drei noch bei den Eltern schlafen und manche Kinder sind mit sechs Monaten total entspannt, wenn sie im Zimmer nebendran schlafen können. Ich glaube, man muss mal als Eltern vielleicht auch den Weg finden, das gemeinsame Ehebett vielleicht in anderer Form sich zur Verfügung zu stellen und gewisse Bedürfnisse, die man als Eltern vielleicht hat, dann nicht dann auszuleben, wenn das Kind halt neben einem schläft. Weil das Kind ist in dem Moment schon sehr, sehr wichtig. Und es entwickelt die Autonomie. Das finde ich schön, dass du das auch nochmal sagst. Und ich könnte jetzt ehrlich gesagt hier nochmal eine Stunde sitzen. Und ich will noch tausend fragen. Aber eine, die mir noch ganz besonders auf den Lippen brennt, ist die Emotionsregulation bei Kindern. Weil die Autonomiephase kommt, dann gibt es noch häufig was von der Wackelzahnpubertät, ein Spruch. Und dann kommt die Pubertät. Und da haben wir auch wieder so ein Generationenclash irgendwie häufig, wo die ältere Generation sagt, das geht gar nicht, wie dein dreijähriges, vierjähriges, gerade aufmüpfig, frech, laut wird. Und dann gibt es wieder uns, Millennial-Eltern, wenn man so will, die sagen, na, ich möchte aber, dass mein Kind in seinem Tempo und bedürfnisorientiert mit meiner Liebe die Emotionsregulation im eigenen Tempo erlernen kann. Also Emotionsregulation ist stark an auch Hirnreifungsprozesse gekoppelt. Die sind am Anfang einfach der Frontalkortex. Die Regulation ist am Anfang einfach noch nicht sehr weit. Und das geht sehr, sehr langsam. Das heißt, die Kinder brauchen eine gewisse Struktur, die Hilfe von außen, diese Co-Regulation, dass Eltern da sind, dass Eltern über das Co- oder das soziale Referenzieren den Kindern, wenn sie sie nicht irgendwie im Arm haben, sondern die Kinder ein bisschen älter sind, ihnen als Informationsquelle zur Verfügung stehen und so eine Situation einzuschätzen. Und das entwickelt sich langsam dann in einer eigenen Emotionsregulation. Sehr, sehr langsam. Eben bis in die Zwanziger. Und da gibt es Situationen, in denen Emotionen dazukommen. Dann spricht man von den heißen exekutiven Funktionen, wo Emotionen und Motivation dazukommen. Und wenn es mehr darum geht, Arbeitsgedächtnisaufgaben zu machen, dann sind das die kalten exekutiven Funktionen. Und die heißen, dass es, sobald es emotional wird, ist es einfach noch mal schwieriger und geht noch langsamer. Was die Kinder, eben sie brauchen das soziale Umfeld, sie brauchen auch Eltern als Vorbilder, um zu lernen, wie geht man in gewissen Situationen um. Wenn sie, und wenn das der Fall ist, dann gibt es natürlich die Ausschläge, dass Kinder in der Trotzphase dann einfach trotzen. Ja, genau. Und so reagieren, wie sie dann reagieren. Und wo man dann denkt, das Kind braucht mal einen Prügel, wie man vor irgendwie zum Glück schon relativ langer Zeit noch gesagt hätte, heute immer noch hört, warum das ist doch, das hat noch nie jemandem geschadet. Haben wir auch überlebt. Nein, man weiß sehr genau, dass körperliche Gewalt und auch psychische Gewalt sehr schädlich ist für Kinder. Das darf man den Leuten dann durchaus auch sagen und sagen, das machen wir nicht und auch aus gutem Grund nicht. Und dann ist es aber schwierig, weil am Ende ist es ja auch eine Struktur und auch, ich will ja irgendwie nicht nur, dass mir mein Kind auf der Nase rumtanzt und ständig irgendwie austickt. Da muss man dem Kind die Strategien auch mit dem Kind zusammen entwickeln. Aber wirklich ein Rezept, was es dafür gibt, außer dieses liebevolle Dasein, dieses auch mal dem Kind zeigen, dass es Grenzen gibt, das sind wichtige Aspekte. und vielleicht Dinge auch vorbereiten. Also wenn man weiss, es wird jetzt beim Einkaufen schwierig, dass man vielleicht irgendwie versucht, dem Kind vorher was zu essen zu geben, dass es damit beschäftigt ist oder um den Süßigkeiten-Tunnel einen Bogen macht, dass man in diese Situation nicht kommt. Aber es wird, das sind so schöne Floskeln. Aber wirklich, wenn man in der Situation steht, ist mir auch so gegangen mit meinen Kindern. Dann ist man einfach oft hilflos. Ja. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, das auszusprechen, dass es eben kein Patentrezept gibt, obwohl auf Instagram 20.000 Accounts uns das weismachen wollen. Dass es okay ist, zu verzweifeln und dass es eben doch geschadet hat, unter Umständen, wenn wir das unterdrücken bei unseren Kindern, wenn wir sie dafür bestrafen oder abwerten und vielleicht auch, dass wir, wenn wir uns dazu entschieden haben, unseren eigenen Weg gehen dürfen, dass es nicht bedeuten muss, dass es immer supi läuft, sondern ... Und man hat auch den eigenen Weg, als Eltern muss man ja auch den eigenen Weg finden, wie man mit den Kindern umgeht und wenn man, auch da darf man auch gegenüber seinem Umfeld mal sagen, sagen, wir machen das so und man kann vielleicht nach einem Jahr sagen, ja, wir haben das so gemacht und war blöd, wir machen es jetzt anders, wir haben daraus gelernt. Das ist wichtig, solange man dem Kind keinen Schaden zufügt, also eben körperliche, psychische Gewalt ausübt, das Kind vernachlässigt, das Kind auch in psychischer, aber auch in physiologischer Weise vernachlässigt, dem nichts zu essen gibt, ja, das sind dann die Extremfälle, aber solange das nicht der Fall ist, ist es eben oft gut genug und das genug reicht dann schon auch, es ist nicht perfekt. Niemand muss perfekt sein, außer vielleicht im Höchstleistungssport, wo die Perfektion erreicht werden will, aber ich bin da bei meiner Arbeit, aber auch, glaube ich, bei der Erziehung, folge ich gerne dem Pareto-Prinzip, das sagt, man erreicht 80 Prozent innerhalb von 20 Prozent der Zeit und für die restlichen 20 Prozent bis zur Perfektion müssen wir die restlichen 80 Prozent aufwenden, das heißt, dieses Perfektion erreichen, das ist das Erschöpfte und 80 Prozent ist sau viel, ja, kann man sich auch eben mal sagen, das ist jetzt gut genug. Perfektes Schlusswort, Zeit für Praline? Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Moritz. Danke für die Einladung. Für die Bereicherung. Ich kann nicht genug danken, wie gesagt, ich plane schon unser zweites Interview. Okay, gut. Dann über Sprache. Ja. Was auch immer. Viele, viele Themen. Nee, man hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke. Guten Appetit. Vielen Dank.